Agile Methoden bringen große Veränderungen in einer Abteilung, wenn sie eingeführt werden. Es beginnt dabei, dass möglicherweise neue Räumlichkeiten gefunden werden müssen, die die Agilität unterstützen. Gleichzeitig werden Netzwerkstrukturen aufgebaut, die Hierarchiestrukturen ablösen. Unbedingt. Eine große Chance für die interne Kommunikation, wenn sie diese Chance nutzt. Sie kann als Katalysator wirken wie kaum eine andere Abteilung in das Gesamtunternehmen hinein und soll diese Chance zum agilen Aufbruch nutzen. Auch da im Prinzip hat sie diese Katalysator-Funktion. Sie kann vorleben, sie kann das ganze Modell in das Unternehmen hineintragen. Es beginnt in einem Digital Mindset, was dann in Kombination mit Methoden rund um die Agilität zum Erfolg führen kann.